Ich wusste nicht warum, ich wusste nur, ich muss da hin. Angekommen an einem fremden Ort, rein ins Abenteuer. Die Sonne scheint, Straße um Straße gibt's hier mehr zu sehen. Was ist hier anders? Irgendwie ist hier die Geschichte im Jetzt. Die Menschen wissen, was sie hier haben. Von grünen Gärten zu historischen Plätzen. Auf sonnigen Wegen, mitten vom Herzen. Haben Sie kurz Zeit, frage ich. Von der ist hier genug, höre ich. Ich rieche die Früchte von damals. Sie reifen noch heute. Ich höre alte Feste, wie die Overtüre noch klingt. Ich suchte Plätze und fand dann einen Ort, residierte wie Könige und weilte dann dort. Ich rede. Aber weißt du, was ich hier vor allem fand? Vor allem anderen fand ich hier die Ruhe im Fluss. Zwischen all dem, was es hier gibt, fand ich die Ruhe, die mich umgibt. Ansbach. Die Menschen sind mir wie die Welt. Die Menschen sind mir wie die Welt. Die Menschen sind mir wie die Welt.